Ich finde, du solltest meinen Sohn wirklich mal kennenlernen. Hast du eigentlich was von Horitz gehört? Lo, ich lieb das. Weißt du, ich hab noch mal überlegt und ich finde, du solltest meinen Sohn wirklich mal kennenlernen. Ja. Ja? Vielleicht... Nächste Woche oder so. Weißt du, melde dich doch einfach, wenn du weißt, ob du Luis treffen willst. Oder nicht. Ja. 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 Ja, ich hab gehört, du hast ein Mädchen kennengelernt, das ein Kind hat. Bring die beiden doch mal mit. Mama kann immer noch nichts für sich behalten, wa? Wir sind Familie, Moritz. Was mache ich, wenn er eines Tages über mich so denken wird, wie ich über dich? Dann warte nicht 30 Jahre, bis du mit ihm sprichst. So wie ich. Ich habe mich entschieden, ich bin doch zu meiner Familie gefahren und ich habe überlegt, vielleicht kann ich Louis beibringen, wie man vorher macht. Oh, das ist toll, dafür dass ich freue. Ich bin so sicher, dass er sich fühlt. Das war's für heute. Das war's für heute.